Herzlich Willkommen zu Flammenflügelmann präsentiert und ich bin Flammenflügelmann. Servus, Kinas! Ich hab gehört von einigen von euch, dass es ein bisschen trocken ist. Heim ist es nicht trocken, es regnet draußen, ich komm grad von daheim her und ich bin nass. Also bin ich heim nicht trocken. Ich bin übrigens auch da, hallo. Ich kann mal vergessen. Aber ja, er sagt heute auch ein bisschen was. Wir sagen auch Tschüss und dann mehr sage ich nicht. Ja, ich wurde ja wieder gezwungen. Ich zwinge ihn. Er soll nicht daneben sitzen und sich kaputt lachen. Er soll keinen Spaß haben, während ich hier arbeite. Er soll keinen Spaß haben, das währenddessen. Nein, der Techniker soll auch mal was machen hier. Der Techniker. Auf seinem Kanal. Wobei, in Japan ist Urweil der Techniker. Hallo Urweil, du bist Techniker in Japan, hab's jetzt von dir nicht gesagt, aber jetzt weißt du's. Jetzt gibt's ein Special, das kommt jetzt erstmal die nächsten Wochen. Nämlich Flammflügelmann, lernt euch das Alphabet. Okay. Lernt euch das Alphabet. Ich bin jetzt Lehrer, darum hab ich hier auch so'n, so'n hier. Hier, ich steh mal kurz auf. So'n, so'n, warte. Ich mach das zu wichtig, dass ich aussehe. Guck hier so'n, so'n Lehreroutfit. So, guck. Auch hier mit diesen, mit diesen, mit diesen leeren Dingern hier. So, guck hier auch mit diesen leeren Dingern. So, ich hab hier auch jetzt ein Lehreroutfit. So. Flammflügelmann bringt euch jetzt ein bisschen was bei. Nämlich das Alphabet. Und mit was beginnt das Alphabet? Richtig, mit A. Und dann fangen wir an mit unseren Top 3 Animes mit A. Dracalone. Dein Top 3. Ich hab nicht viele, hab ich gesehen. Was ihr gesehen? Ich hab jetzt die genommen, die ich am besten bewertet hab. Und da ist, bei mir, Achi war S-S-P-S-P-S-P-S-Pack. Dudes, 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 Dudes. Ich habe den craziesten DREAM. Was? Ich dachte, wir leben in einer Stadt in der Stadt, die wir bei POOPen waren. Und alle waren diese Dichte von Juicy Pops, die wir bei POOPen waren. Und da waren diese kleinen, die Dichte von Juicy Pops waren, aber nicht POOPen. So, sie haben eine Pornstar, die wir bei Pornstar, die wir bei POOPen waren. Und wir hatten die kleinen, die Dichte von Dupfen zu retten. Crazy, right? Ja, Idiot. Wir waren in einem Film über das. Oh, ja. Oh, ja. Did I just fart? Ja, ich habe einfach Fart. Oh, ich habe Pizza und Hex und Cheese. All right, wir sind in hier. Ja. Was sind wir hier? Get in der und farte. Ah! 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 Autobots, all den Tag lang! Aber es ist auch an sich gar kein richtiger Anime, sondern es ist ein Film. Ein Anime-Film. Aber es ist trotzdem Anime. Ja, ein Anime-Film. Aber es ist R-Rating hat es. Also es ist nix für kleine Kinder. Nix für dich, Dr. Creamsmile oder Eule. Willst du die Geschichte erzählen? Da kam gestern nochmal so ein ähnlicher Kommentar. Den hab ich aber schon gelöscht. Ich hab den nicht gelesen. Ja, dann ist doch gut. Dann erzähl ihn mir. Warte, auf dem Handy sieht man den bestimmt noch. Ich zeig ihn dir mal. Also währenddessen erzähl ich euch mal, was heute passiert ist. Nämlich war ich heute beim Arbeitsamt. Was? Arbeitsamt, du arbeitest doch hier, du hast doch genug Geld. Genau. Ich war heute beim Arbeitsamt, das war der ganze Witz. Ne, es ist nimmer drin. Mein Reisepass, mein Reisepass ist da. Soll ich dir sagen, was er geschrieben hat? Ja. Benni, du Nuttenbrenner. Ach, das war nicht der Bracalone oder der Eule oder der Dr. Creamsmile. Nein, nein, ich war das bestimmt nicht. Nein, der Dr. Creamsmile oder der Ding war das. Nein, das war ein anderer. Aber ich hab's gelöscht. Bobby, du Nuttenbrenner. Maul. So. Okay. Hast du noch was zu deiner drei zu sagen, oder? Ich bin hier wie so ein Oldtimer. Ich kann wippen. Guck, ich hab hier einen Schaukelstuhl. Macalona hat mir hier so einen Schaukelstuhl. Ich warte noch drauf, dass du irgendwas sagst zu den Leuten hier. Nein. Ich hab dir genug beleidigt. Ich kenne die ja nicht mal, also keine Ahnung. Egal, hey, tauch mal. Komm, lass alles raus. Ihr seid Arschlöcher. Ich kenne euch nicht, aber ihr seid Arschlöcher. Ist mir egal. Ich kenne euch nicht. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich kann's euch ja empfehlen. Wie gesagt, 2006 hab ich's geguckt. Also, das ist schon ewig her. Ich hab wirklich keine Ahnung, was es ging. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hab ne neun gegeben, deswegen muss er gut sein. Ja, guckt ihn euch an. Jetzt kommt der Herr Flammenflug jemand dran. Meine Nummer drei. Okay, meine Nummer drei ist Ashura Kryon. Wo ist das? Hier. Ach so. Ich bin auf dem Flugzeug. 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 Ich habe das Gefühl, dass du dein Wahl hast. Du wirst dich nicht mehr so machen. Du hast dich nicht mehr so gemacht. Du hast dich nicht mehr so gemacht. Du bist der Weg! Du bist der Weg! Du bist der Weg! Du bist der Weg! Das ist Schilder, ja. Masra... Maschina. Masra Maschina? Masra... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ein Anime, da muss ich vorweg sagen Anime 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 Wieso gibt's von diesem Anime kein Manga? Es gibt ein Manga, aber wieso wird der nicht mehr abgeachtet? Ich muss doch sagen, da gibt's doch ein Manga hier Ja, aber der geht nicht weiter, das ist es ja Wie viel Kapitel hat der? Ach, das ist eine Novel, das ist ja immer ein Manga Da soll's ein Manga geben Und zwar in Ashura Crying geht's drum Dass da ein Junge ist, der geht an eine Schule Und der hat zwei Freunde Und mit besonderen Fähigkeiten Da gibt's die Böse Geister, die die jagen, Dämonen Und sowas, und als Hilfsmittel Gibt's da so besondere Roboter Die Ashuras Die irgendwelche Elemente beherrschen Und der bekommt den Ashura Der die Gravitation beherrscht, den Schwarzen Und in jedem von diesen Ashuran Wird halt eine menschliche Seele Von seinen Freundinnen wird eine ausgewählt Die wird in den Ashura Gemacht, dass die also zu dem Ashura wird Dass der das rufen kann Jederzeit diesen Roboter Da gibt's halt mächtige Kämpfe Drama Romance Also es geht halt, ich verrate halt jetzt nicht zu viel Es geht halt wirklich Masha hört sich das jetzt an Aber es ist mehr, ich würde sagen Es ist mehr Fantasy Superpower Weil es geht einfach richtig ab Der Roboter entwickelt sich weiter Der Junge fängt an zu richtig zu kämpfen Und alles Richtig, richtig geil, der Anime Was kann ich euch noch zu dem Anime sagen? Hier ist die Bewertung 2794, nicht gerechtfertigt 7,3 Auch nicht gerechtfertigt 7,1 bitte 7,13 Schlechter als 7,3 Ja, obwohl hier steht Popularity Also Beliebtheit Auf Platz 7,3 7,3 7,3 Also ich sag eins Der Anime ist einer meiner Lieblinge Der Top 3 Ist mein Top 3 A Anime Der bekommt von mir 9 von 10 Flammenflügel Was bekommt deiner für Flammenflügel? Auch 9 von 10 Ja, ja, ich hab auch 9 von 10 Genau 9 von 10 Flammenflügel 9 von 10 Flammenflügel bekommt der Ashura Grime bei mir Also wenn das nichts ist Wenn 9 von 10 Flammenflügel Man ist nichts ist Dann weiß ich nicht, was irgendwas ist Herr Prakalone, Sie haben das Wort Ich habe das Wort Dann Mein Name ist Platz 2 Akikan Was ist das? Das ist ein Armicon Das ist auch Das ist auch Ich bin ein Stilkant Armicon Es ist schon Zeit Kannst du das? Ja, hab ich auch gesehen Ähm Von wann ist denn das? Von 2009 Ähm Da ging's um was ging's da? Ey, ich hab keine Ahnung was da da ging Da ging's um ein Junge Der holt sich eine Melonsoda-Dose aus dem Motto Ach ja, genau Trinkt und auf einmal an Die sich in Mädchen Und die Mädchen Die Dosen müssen gegeneinander kämpfen Die sich in Frauen verwandeln halt Warum hab ich dem Anime so eine gute Wertung gegeben? Zum Nachhinein ist der eigentlich gar nicht so gut Der Anime ist geil Hört zum ersten Mal doof an Aber der ist richtig geil aufgezogen Ja Also er ist auf Platz 5198 Hat ähm Eine Wertung von 6,45 Und auf Popularity 6192 Ja Ja Hast du eigentlich Haben wir eigentlich schon einmal erwähnt Auf welcher Seite wir eigentlich die ganze Zeit hier sind? MyAnimeList Haben wir schon mal erwähnt? Weiß ich nicht Oder du Das ist ja dein Format hier Nein Das glaub ich nicht Aber Wir sind ja auf MyAnimeList MyAnimeList Ja Das ist eine ganz coole Seite Ja Kann ich auch empfehlen Ich hab eigentlich Ich hab gelacht Der Anime von 2009 Ich hab keine Ahnung mehr Ob ich damals gelacht habe Aber nicht Aber ich denke mal schon Er war ziemlich witzig Von mir kriegt er auf jeden Fall 8 von 10 Flammenflügel Von mir 9 Ja okay Du bist wieder dran Okay jetzt kommt mein Anime Nur auf Platz 2 Ansatzun Kyoshitsu Oder Assassination Classroom Also dann Fangen wir mit der Klassenlehrerstunde an Wer hat heute Tagesdeeds? Wir sind Killer Wir haben eine bestimmte Zielperson Und die ist unser Lehrer Ich bin eine übermächtige Lebensform Die ganz einfach die Erde auslöschen kann Es ist ein leichtes für mich Hier alles dem Erdboden gleich zu machen Das Monster das den Mond zerstört hat Will im kommenden März Auch die Erde zerstören Keine Armee schafft es ihn zu töten Und dann ist er auch noch Lehrer Er ist ein guter Lehrer Das muss man ihm lassen Das stimmt Er hat mir nach dem Unterricht Mathe erklärt Wir haben nur noch ein Jahr Wenn wir ihn nicht töten können Dann wird die Erde ein für allemal zerstört Also bevor ich Ich hab den Manga gelesen Bevor ich den Anime gesehen hab Und dazu muss ich sagen Das erst Ich hab mir den Anime Als Manga Als erstes gesehen So ein gelbes Smiley Kompletter Band Es gelb Und von drauf ist nur ein Smiley Ich dachte mir Was zur Hölle ist das Ein Anime von Pac-Man Ein Manga von Pac-Man Schlag ich die erste Seite auf Kommt da so ein Gelber Tintenfisch ähnlicher Lehrer In die Klasse Und die komplette Klasse steht mit Schafengewehren da Und ballert auf den Lehrer Nö Was hab ich mir im ersten Moment gedacht Was Wenn du immer so Manga siehst Ey Ich dachte Geil Ein Anime In dem es geht Dass die den Lehrer umbringen müssen Dann lese ich weiter Was Die müssen nicht nur den Lehrer umbringen Die kriegen dafür auch noch 10 Millionen Euro Yen oder? Yen ja 10 Millionen Yen Wie viele Euro sind das? Auf so eine Million 10 Auf jeden Fall 10 Millionen Euro Muss man überhaupt genug Nullen sind es ja der Sinn 79,79 Millionen Nein 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 das sind 80.000 Euro Ehrlich? Naja 80.000 Euro Okay dann ist das doch gar nicht zu viel Willst du deinen Lehrer für 80.000 Euro umbringen? Ja Ich würde meinen Lehrer für den Hälften umbringen Moment 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 Welchen? Du hattest ja bestimmt nicht nur einen Alle außer Heiko Keine Ahnung wer das sein soll Heiko Sei gegrüßt von mir wenn du den Kanal guckst Guckst du bestimmt jemand? Wie heißt der noch? Weisenmeier War auf der Berufsschule mein Lehrer Keine Ahnung Der ist ein cooler Lehrer Keine Ahnung Aber sonst dürfen sie alle sterben Ja der Heiko der ist ein cooler Lehrer Sonst dürfen sie alle sterben Für 80 Millionen Für 80.000 Würde ich mir sogar wieder überlegen Den Heiko Um sie in die Ecke zu bringen Ich meine das sind 80.000 Euro Dafür kann ich Jahrelang leben Ohne zu arbeiten 80.000 Euro Jahrelang überleben Schwierig Schwierig Wenn man 2000 pro Monat braucht Ja gut wenn du unter der Brücke lebst Und nur essen und trinken tust Dann wird es reichen 2000 Euro im Monat brauchst Und legst es auf die Banken Zinsen und alles Da kannst du schon ein paar Jährchen von leben Ja Also auf jeden Fall Da geht es um Monster Das kommt in der Klasse Und mit der Regel halt Die Klasse darf es töten Er darf aber der Klasse nichts antun Praktisch Schüler dürfen alle versuchen Ihn zu töten Und das Einzige was er machen darf Ist ausweichen Oder abwehren Er darf aber die Schüler nicht Angreifen oder so Und die müssen es innerhalb von einem Jahr schaffen Denn sonst wird er die Erde zerstören Den Mond hat er schon fast zerstört in der Welt Und dann zerstört das die Erde Und dann werden die Klasse halt ausgebildet Als Appentäter und alles Richtig geil der Anime Richtig geil Der Manga war schon richtig fett Und der Anime Da ist kein bisschen schlechter Was ist hier die Wertung von dem Anime Ich wollte nur kurz was fragen Mit wem hat mir die Diskussion Ob dieser Charakter Also Nagisa Shiota Mann oder Frau ist Mit wem hat mir die Diskussion War das der Urteil Kann sein Ja Aber das ist ein Mann Obwohl er wie eine Frau aussieht Wer ist ein Voice Actor Soll ist Achso Französisch Ja hier Mei Fujigami Also er wird von einer Frau gesprochen Er wird von einer Frau gesprochen Er hat auch irgendwie Er wirkt auch wie eine Frau Guck dir den nochmal an Der sieht ja sogar aus Mit dieser Frisur wie eine Frau Ja am Anfang Wird er wie eine Frau hingestellt Irgendwie sieht er richtig aus Aber dann ist er einer Der babausten Mörder Von der ganzen Klasse Ja das stimmt Der wird nur richtig Baba Aber guckt es euch selber an Hier ist er auf dem Rang 2391 Ich fasse es nicht Von 7,25 und Popularity 1509 Ist das der Manga Oder das ist doch der Anime Ja das ist der Anime Ich fasse es nicht Weil er bei der Weil er beim Manga War der ja Moment Das ist der richtige Anime Das ist der Anime Wir waren vorher beim Manga Das ist Ist das der Manga? Nein das ist ein Special Genau das ist ein Special Das ist ein Special Hier Nein hier ist der richtige Anime Hier Das ist schon eher Neue Rang Das ist schon eher Wo du auch sagst Okay Kann jetzt stimmen Sag ich ja Ja Es gibt Millionen von Animes Aber da Ja Der war richtig geil Der Anime Der kriegt von mir Auf jeden Fall 10 von 10 Flammenflügeln Der war ein Meisterwerk 10 von 10 Flammenflügeln War einfach ein komplettes Meisterwerk Kann man nicht anders sagen Und Brakalone Was hast du zu unserem Heutigen Bestaben A Noch zu sagen Deine Top One Ein Top Star Asu no Yuichi Osi auf jeden Fall bien Va Es Va Als Go vor Es va hora A такую en en smells não ollut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist gut, immer wenn du es sagst, erinnere ich mich dran Weil ich hab die meisten Anime schon längst vergessen Musstest du mir auch zu sagen, das ist ja deiner Ich fand ihn gut, anscheinend Der Anime ist von 2009 Anfang 2009 ist er rausgekommen Ist Genre Comedy Edgy, Harem, Martial Arts Formats und Shonen Trifft er alle voll perfekt Ja, das stimmt das stimmt er hat von mir auf jeden fall 9 von 10 flammenflügeln bei mir auch 9 von 10 gewertet dort ist er platz 309 10 mit wertung 7,7 07 404 in deutschland schon bis schon weit oben ja und die leute die mögen ich meine ich meine ich hätte dem anime keine neuen gegeben weil er nicht gut wäre also genau damals als ich angefangen habe ich an die zukunft auch empfohlen okay und so derzeit 2009 da habe ich noch wirklich aktiv ich glaube 100 animes pro tag geguckt also folgen nicht an mir sondern folgen und es war schon heftig ja aber ja es ist gut kann ich empfehlen kann ich auch guckt es euch auf jeden fall an ihr brakalon hat euch empfohlen wenn brakalon es euch empfiehlt und ich es bestätigen müsst ihr euch angucken okay von mir da kenne ich den manga der manga ist scheiße ganz ehrlich jetzt ja da gebe ich dir recht von dem anime ist wirklich der manga nicht so toll ich weiß nicht so gut gemacht allerdings kommen jetzt zu meiner nummer 1 top 1 meiner nummer 1 ist kein stark Liz springen weil ich ihn kchen verhebe Ich kann es den Bezug an. Wenn ich mich nicht überwiesen werde, kann ich dieses Mensch nicht überwiesen werden! UNTERTITELUNG!!! Ich bin zuerst nicht mehr... ...würfen wir sich wieder zurück ... ...und dann? Also es ist wie Sword Art Online. Nur mit anderen Charakteren. Nicht ganz wie Sword Art Online. Jaaa. Es geht um einen kleinen, fetten Jungen. Jaaa. Die leben in der Welt. Die haben hinten so ein Ding.. ...implantiert gekriegt. Die Jugend.. dass die überall ins Netz gehen können. Da haben die so was wie eine Sicht vorne, dass sie ins Netz gehen können. Und da gibt es halt so ein geheimes Programm. Burning Boost oder so oder Burst oder sowas. Heißt das Programm? Ich gucke gerade, ob man es nicht irgendwo sieht, aber red weiter. Und wenn da das installiert wird, ist es praktisch so ein Spiel. Da bekommst du so ein Avatar, der deinen Ängsten widerspiegelt. Deine Ängste, deine Träume. Es verbindet deine Ängste und deine Träume. Der Avatar wird auf dich praktisch abgestimmt. Und der Junge, der bekommt halt den Avatar Silver Crow. Das ist bislang dort der kleine, fette, pummelische Junge, der immer gemobbt wird und alles. Das ist der einzige Avatar, der fliegen kann dort. Das ist halt so ein Unique-Skill, wie damals auch der Kirito hatte mit den Doppelschwertern. Hat der auch ein Unique-Skill. Und das ist halt das Fliegen, das hat sonst keiner dort. Und da gibt es halt die Könige. Und alle wollen dann halt Level 10 kommen. Und der, wo Level 10 kommt, der sagt, in der Reaktion, wenn man gewinnt, kriegt man Burst-Points oder so. Und wenn man diese Burst-Points halt einsetzt, kann man halt in der realen Welt alles verlangsamen, praktisch die Zeit anhalten und sich bewegen. Halt Schnelligkeit, schnell werden. So wird man halt so schnell, dass man die Welt anhalten kann und alles. Und wenn man halt Level 10 kommt, dann kriegt man lebenslang den Ding und man trifft den Macher von dem Spiel. Weil keiner weiß, wer das Spiel gemacht hat. Erst ab Level 10 trifft man den Macher und man kann sein Leben lang acceleraten. Und da gibt es halt auch die Könige. Die Farbkönige. Und da gibt es halt einen König, der hat die anderen irgendwie... Da gibt es jedes verschiedene Element, hat eine andere Farbe. Metallfarben und so. Da gibt es halt einen König, der Schwarze, der hat alle betrogen. Und das ist die, die schwarze Königin, die ihm das Spiel installiert hat. Also die ihm das Spiel gegeben hat. Und die hat sich auch in ihn verliebt. Die beiden verlieben sich auch ineinander. Es hat auch Romance, Action. Der bekommt von mir 10 von 10 Flammenflügeln. Ich muss jetzt sagen, der Manga, der war wirklich scheiße. Ich hab den Manga mir gekauft, geil. Ich hab mir den durchgelesen, die Beschreibung. Da stand da schon dabei, Ähnlichkeit mit Sword Art Online und so weiter. Dann hab ich mir den mal so ein bisschen reingelesen im Internet. Da dachte ich mir, Zeichnungen sind eigentlich ganz gut. Und die Story her ist eigentlich, okay. Hab ich mir den gekauft, hab ihn gelesen. Und dachte, Alter, was ist das für eine Scheiße. Und das Dumme ist, zur selben Zeit kam der Roman, auch raus auf Deutsch. Das basiert ja alles auf dem Roman. Und dann kam der Manga, dann kam der Anime. Den Roman hab ich mir auch geholt. Als ich den Manga gelesen hab ich mir, Alter, ich hab auf den Roman keinen Bock mehr. Hab ich beides verkauft. Hab zumindest immerhin noch die Hälfte bekommen vom Wert. Aber, äh. Also ich find's geil, der Anime ist auf jeden Fall geil. Bekommt von mir 10 von 10 Flammenflügeln. Hier hat der Rang 1051. Wertung 7,68. Und Popularity 78. Gut. Das ist sehr gut. Also der Anime ist auf jeden Fall sehr beliebt, auch. Accelerated World. Und wer auf Minotaku... Das ist halt... Minotaku hat jetzt auch das A bis Z gemacht. Ah, du klaust von denen. Das hab ich jetzt von denen geklaut. Ich fand's einfach witzig und cool. Da dachte ich so, aber ich kann's nicht klauen, darum hab ich hier Bracalone nochmal mit eingefordert. Ein bisschen. Und der hat Top 5 gemacht. Und Accelerated... Und der hat's ja auch nicht so seinen gemacht. Der hat ja allgemein halt abstimmen lassen. Ah, okay. Und dort war halt Accelerated World, Accel World, auch mit in den Top 5. Von den ganzen... Könnte man ja hier eigentlich theoretisch auch machen. Genau. Also sagen, ey, Leute, äh, ich mach ne Umfrage. Aber es geht halt nicht, weil noch zu wenig Abonnenten sind. Zu wenig, äh, los ist. Die da zugucken, genau. Ja, deswegen kann man das jetzt noch schlecht machen. Genau, wenn ihr mal mehr zugucken und alles, dann könnt ihr gerne, dann kann man gerne mal sowas machen. Schreibt unten eure Tops so und so viel rein. Dann werd ich die mal auswerten. Und dann werd ich die hier auch mal vortragen. Hast du jetzt eigentlich schon 10 Abonnenten? Ich? Nein, 9. Immer noch nicht. Naja. Das gibt's doch nicht. Bin auch ganz froh drüber. Warum? Ich hab irgendwie noch... Ich weiß nicht, worüber ich ein Video machen soll. Nimm das. Nur drehst rum. Stell es rein. Ja, genau. Hast du gesehen? Ich hab einmal so einen Effekt reingemacht bei dir. Der fand ich irgendwie... Ja. Das hat grad so gepasst irgendwie. Hab ich gesehen. Also. Das waren jetzt unsere... Top 3 Animes mit A. Flammenflügelmann, lehrt euch das ABC! Hast du schon eine Buchstaben A, die jetzt besser verinnern licht? Mit was? Hast du dir jetzt den Buchstaben A besser verinnern licht? Ich bin bei 1. Also. Der ist sowieso irgendwie komisch. Dem kann man kein Alphabet beibringen. Ich mach Züge. Ich mach Züge, ja. Also bei meinem Alphabet hier, da lernen die Analphabeten und die Analphabeten bei mir... Was ist die Analphabeten? Die Analphabeten lernen bei mir auch das ABC. Die Analphabeten. Die Analphabeten lernen bei mir auch das Alphabet. Genauso wie die Analphabeten, die lernen bei mir auch das Alphabet. Die Analphabeten. Warte, da muss jetzt irgendwas rein. Moment. Warte, ich muss leise machen. Jetzt lube da ab. Okay. Jetzt kannst du es weiter machen. Die Analphabeten. Okay. Gut. Dann war's das mit dem Buchstaben A für heute. Schnallt euch an. Freut euch. Schaut schön zu wieder. Und schön immer einen Daumen nach oben. Weißt du eigentlich, dass das, bevor du Schluss machst, das müsste doch Folge 20 jetzt sein, oder? Ja. 20 Folgen hast du schon. Ich hab schon 20 Folgen. Das wollte ich letztes Mal noch sagen, ja. Viele seiner Netzplays haben nicht so viele Folgen. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. 20 Folgen. Wir feiern. Komm, Tobi, feiern mal 20 Folgen. Uts, 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 uts. Okay, das war genug gefeiert. Ja. Wir wünschen euch noch eine gute Nacht. Einen schönen 20. Folge von Flammenfliegenmann präsentiert und Arrivederci. Aufsehen. Tschüss. 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 Tschüss.